Ja, wer heute die Kreuzchen richtig gesetzt hat, dem winken im besten Falle rund 6 Millionen Euro. Sie sehen es ja im Hintergrund, so viel steckt heute im Jackpot drin. Und egal wie viel drin ist im Jackpot, Sie wissen es ja, das Geld gibt es nur mit passender Superzahl. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Lottozahl Nummer 1 an. Die 42. Die Superzahl hatte nämlich am vergangenen Samstag ein Spieler aus Hessen leider nicht. Es blieb am Ende beim einfachen Sechser, aber auch das hat sich in jedem Fall gelohnt. Glückwunsch zu knapp 2,8 Millionen Euro. Nächste Lottozahl ist die 11. Und viermal in Folge hatte nun kein Spieler die komplette Gewinnzahl unserer Zusatzlotterie, dem Spiel 77. Richtig, somit geht es dort heute, wenn bei Ihnen alles passt, um rund 3 Millionen Euro. Also die nächste Millionenschance. Weiter geht es mit der 35. Aber es gab fünf glückliche Spieler bei der anderen Zusatzlotterie bei Super 6. 100.000 Euro, die gehen dieses Mal einmal nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Nordrhein-Westfalen, nach Thüringen und gleich zweimal nach Bayern. Die nächste ist die 6. Und der Eurojackpot, Sie haben es vielleicht mitbekommen, der wurde geknackt am Freitag. Und der Glückspilz, der kommt aus Nordrhein-Westfalen. Es war der einzige Spieler mit allen richtigen Zahlen auf dem Schein. Und ist jetzt um 90 Millionen Euro reicher. Die vorletzte, die 31. So, eine noch. Dann sind die sechs richtigen für heute, für diesen Mittwoch komplett. Und wenn Sie jetzt vielleicht schon fünf richtige haben, drücke ich jetzt nochmal ganz besonders die Daumen. Die sechste für heute ist die 5. Ja, neben den sechs Millionen, ich hatte es ja gerade schon gesagt, nochmal drei Millionen im Spiegel 77. Also wenn Sie dort das Kreuzchen gesetzt haben und 2,50 Euro investiert haben, dann gibt es da vielleicht auch eine Chance. Wenn es jetzt hier nicht klappt. Superzahl, heute ist die Null. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen an. 5, 6, 11, 31, 35, 42 und die Superzahl Null. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.